ja Leute und Willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Get Down auf dem Revi-Server oder auch Revi-Sida.tv und ja wir spielen heute ein wenig Get Down ihr wisst es ja wie es ist ne? Get Down kann man einfach so down getten oh der war so schlecht na gut hab ich gesagt na ja letzte Runde war nicht so schlecht jetzt die ich hochgeladen hab jo hatte einfach mega Equipment Vorteil Atlantis ist die erste Map unge Ökosystem unges Ökosystem zweite und Edgar die dritte naja am geilsten wäre natürlich LSD weil LSD kann man so geil ähm Coins waren meiner oh fuck na das war shit das war scheiße ah komm man shit da bin ich down gegangen ich war aber recht weit eigentlich noch für den Anfang Piss dich so meine Coins schon wieder Coins es läuft doch gar nicht so übel man den wollte ich mir gerade holen verdammt das ist nicht so gut tschüss tschüss yo er kriegt ein Knockback ja nice er hat keinen Knockback bekommen oder sehr wenig oder sehr wenig Funk war knapp der war auch knapp und jetzt können wir mit der Coinserie anfangen der ist direkt da runter no falling damage hier oh der war auch knapp so hier runter hier runter hier runter oh zack ich schriele sehr wenig weil ich mich immer so konzentriere was die Sprünge angeht ach nice da komm ich schon nochmal Übelkeit reingedrückt anstatt ich irgendwas geiles kriege nein WTF als ob der das schon geschafft hat ist eh nicht so GG Hex auf jeden Fall auf jeden Fall der hat doch total gehackt eindeutig ähm nein wie ich hätte so viele Coins grad getten können ja ja nein nein was war das denn grad wie viel gehört habe ich 432 ja jo ähm ähm wie die nigga sowas ist immer richtig scheiße oder sowas hmhm ja finde ich jetzt nice als ob was ist mit mir los get down profi endet dude nicht oh Gott als ob der das schon geschafft hat ist ja unten da unten ist nicht das Ende oder ne da ist das Ende es kommt noch Edgar nice scheiße habe ich wenig Coins ha fuck muss ich einfach schnell durchrushen zum Rand weil ihr wisst es Leute der Rand ist OP scheiße so ein guter Anfang und dann sowas und meine Taste nice ja piss dich missgeburt er fällt ganz nach unten verdient ja wahrscheinlich what the fuck coinblock nice geh weg du assi man ne springen mir jetzt hinterher fick dich ja als ob man das wird so ne kackrunde ich schwöre ich hab viel zu wenig Coins damit ich irgendwas reißen kann ok verzaubern muss ich mal auf 10 Level jetzt kann ich mal Stufe 3 schon verzaubern schärf 1 ne geht besser komm ja haltbarkeit verbrennung verbrennung nice ähm ich hab so wenig Coins könnte mir vielleicht kann man auch ne Brust holen aber verbrennung ist wirklich OP da macht man nichts ähm ja noch essen scheiße man am liebsten wäre ich natürlich für Iron gewesen aber dieses schärfe äh dieses verbrennung ein Schwert muss mich retten es muss den Gegnern zu viel abziehen oder ne ich könnte auch auf die Leute gehen ich bin locker nicht der einzige mit Low Coins aber die haben alle jetzt schon ausgegeben jo guckt euch mal die an aber den ja den könnte ich holen ach scheiße der größte ist eh ähm die jo hab ihn nice hab ich erstmal ja als ob man muss beide in die Hotbar nehmen das zum kämpfen und das zum anfitten vor allem hat er einfach ein besseres Schwert an damage jetzt und er verkackt sogar mit besserer Rüstung oder was ist Low such mal meinen nächsten Gegner den ich holen könnte der Typ wer wie die ob ich könnte oder auch nicht scheiße ja ja er hat doch locker Verbrennung auf seinem Schwert alter er sieht Junge er hat nen Trollskin wuuhh tschüss tschüss als ob als ob ich gerade verreckt bin komm stirb als ob man scheiße naja leute ich hoffe es hat euch gefallen wenn ihr alles aber eine kleine Bewertung da wenn ihr solche Videos nicht mehr verpassen wollt lassen Abo da Leute ich wünsche euch noch einen schönen Tag und tschüss